Erste Runde, Samstag, 10. August, 15.30 Uhr, Albert Kunz Sportpark Nordhausen gegen Aue, 1 zu 4. Jan Klinker, Sebastian Hickeger, Florian Esdorf, Lukas Stau. Tobias Becker, Christopher Bübel, Marmaurike Blumdke, Jan Lümens Ruben, Jui, Llanke Mikaels, Nils Bischnot, Karsten Kamelot. Das kommt Aue. Martin Menel, Marco Schiefig, Karl Lugro, Rizzotto, Thüringen Konter, Philipp Kusik, Clemens Vandrich, Jan Hochzeit, Tom Baumgart, Philipp Reise, Dimitri, Naserhof, Pascal, Destroid. Uhrzeit 22.58 Uhr.